hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute schwimmen wir mal wieder notruf hamburg aber dieses mal als sek beamte also ich wollte eigentlich ein minecraft video machen aber ich habe heute schon eins gemacht deswegen haben wir machen heute mal ja komm fast er die kraft die ja egal diesmal ist ganz nett um adac Der eine fahrt in mir hinein, grundlos. Ich hab den Kerl nichts getan, aber okay. Hört sich immer voll geil an, im Tunnel. Wir sind für Weihnachten sofort zur Polizeiwache. Das ist grün, also da steht, you drive a green light, also alles gut. Hier ist auch grün, hier steht schon wieder, you drive a green light, oh mein Gott. Egal, ignoriert das bitte. Mein Englisch ist nicht das Safte, warte, ich mach ein bisschen lauter, damit der Spießler uns ein bisschen hört. So ist besser. Alter, was nervt dieser Polizist? So nervig, ey. Was ist eigentlich seine Mission? Egal, wir dürfen jetzt zur Polizeiwache und hoffen, dass der BD uns nicht verfolgt. Äh, das brauche ich nicht. Ja, okay, mich höre schon so nicht. Warum legt der so bisschen so jetzt? Jetzt legt's nicht mehr. Ich hoffe, der Zug kommt nicht. Oh mein Gott. Zum Glück bin ich da noch. Oh mein. So ein... Oh mein Gott, ja. Ich ruf stell EMS an. Oh mein Gott, ja. Ich ruf stell EMS an. Ich ruf mich mal nicht. Ich ruf mich noch mehr. Aaaaaaah! Digga! Heute ist der Tag der Unfälle. Ich muss jetzt schon wieder zum ADAC. Zweimal in Folge. Wegen dem einen kann ich schon wieder zum ADAC. Zum vierten Mal. In drei Minuten. Wir wollten noch an dem Polizisten arbeiten. Egal, das schafft man noch. Jetzt ist man ganz schnell so wohl. Ohne Schaden hoffentlich! Falls ihr euch wundert, warum ich immer rausspringt, damit man, wenn man kurz vor dem Unfall ist, wenn man noch einkracht, aber davor noch rausspringt, bekommt man keinen Schaden. Ich kann es kurz zeigen. Zum Beispiel hier. Ich schwinge raus. Jetzt hat mein Wagen keinen Schaden, obwohl es ein safer Unfall war. So, und jetzt düsten wir noch schnell zur Pol. Ich hoffe, der eine MS hat ihn wiedergebleibt. Ja, NEF steht da schon. Sogar zwei NEFs. Da haben wir genug Rettungssanitäter Auswahl. Mein Problem ist, der Zug kommt bei denen. Und die sind... Leute. Diese Bremsen, ey. Egal. So. Wir sind jetzt da. Sorry, falls ich meine Stimme gerade schon angehört hat. Was wollte ich jetzt tun als SEC? Mann, warum haust du mir jetzt? Ja, Karma, Alter. Ja, ja, jetzt musst du nicht so. Ja, selber schuld. Du kannst jetzt schön hier kurz chillen, bis ich mir einen Wagen geholt habe. Ja. Welchen Wagen nehmen wir uns denn? Wir nehmen mal den ID für ja. Ja, ich hasse auch alle. Ja, selber schuld, wenn du mir kaufst. Jetzt beleidigt er bestimmt egal. So. Jetzt legen wir den Brie in den Knast. Dann hat er... Hoffentlich ist mein Auto nicht beschädigt. Geil. Nicht beschädigt. Ja, ja, ja. Jetzt einmal leise, ey. So. Nein, du nerviger. Ja, jetzt beleidigen wieder. Egal, ich schreib nichts zurück. Ja, oha, ja. Mir egal. Schreib das gerne ruhig. Ja, beleidig halt noch mehr. Egal, wir ignorieren. Ja, ja, Junge. Egal, wir ignorieren ihn einfach. Er wird schon seine gerechte Strafe im Knast ab. Nein, wir machen es sogar noch realistischer, damit wir noch mehr nerven. Dann fahren wir extra noch da hinein. Ich gehe privat. Wer hat gefragt, Alter? Noch einen wunderschönen Aufenthalt. Zack. Jetzt hat er ein neues Bett zum Schlafen, und zwar im Gefängnis. Und jetzt fahren wir nicht unser Leben auffüllen, beziehungsweise Verstärkung. Wir haben jemanden vor der Verstärkung an. Das ist unser Job. Ey, der eine hat mich wie mich genannt. Hallo, nur. Wo bist du? Gerade nicht verfügbar. Beziehungsweise auf Einsatzfahrt. Ich schreib den gleich. Ähm, ja, ich schreib den gleich. Wir rücken jetzt erstmal zur Verstärkung. Was willst du? Ich bin auch ein Polizist, Mann. Heute in Hamburg. Ey, so lange spielt man kurz kein Hamburg. Auf einmal, man bekommt hintereinander drei Unfälle. Fahrt zweimal zum ADAC. Und da ist schon wieder... Ja, super. Also... Jemand hat Verstärkung angefordert. Hier sind wir auch. Wir nehmen zur Sicherheit die Schusswaffe raus. Ja, er hat jemanden verhaftet. Perfekt. Er hat auch verlassen. Damit ist unser Job getan. Kollege, ich bin Polizist. Ey, Kollege, gehen wir da bitte auf Seite. Oh, hier ist Leon. Ähm, hi. Ich wollte eigentlich zur Tankstelle. Ich lass sie mal... Ich lass sie mal mitfahren. Komm rein. Komm schnell rein, Kollege. Wir müssen... Ich muss schon mal ein Leben füllen gehen. Beziehungsweise... Nicht schon wieder bei der Ding. Machst du Video? Ähm, ja. Ja, jetzt einsteigen. So zwei Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mann, was wollt ihr alle? Äh... Soll ich extra noch blaulust? Wie sitzt der in der Busch halt? Was? Cool. Yo. Wie findet ihr eigentlich das Update von Hamburg? Nein! Ach. Zu Glück habe ich keine Ahnung. Warte! Wo? Also, ich habe schon gedacht, hey, wie hört der Kerl mich? Wir schnappen... Ich bin kurz aufge... Okay, Kollege, ich weiß, ich lese es. Wir schnappen uns mit dem Keks. Hauen uns rein. Ah, nein! Ich... Äh, ja, ja. Fastet nicht im Spiel. Weil ich muss auf meine Gesundheit achten. Okay. Und ich muss... Wann kommt das Video? Jetzt gleich. Ich habe davor schon ein Micro Video hochgeladen. Das dritte Part. Den dritten Part. Ihr wisst nicht, was da passiert ist. Also, eigentlich schon. Ihr habt es ja angeschaut. Hoffe ich. Oder... Mir ist es egal. Aber... Ich habe... Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ich... Wo ich gespawnt bin... Was zum... Egal. Also, wo ich gespawnt bin... Ähm... Ich wurde einfach von einer Zombie runtergeschlagen. Ich habe nicht mal etwas tun können. Ich wurde einfach runtergekickt und fast gestorben. Und ja. An der Stelle würde ich sagen, wir beenden das Video. Nein, wir nehmen nicht den Notdruck an. Wir beenden das Video. So, Leute. Wir beenden das Video. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Und... Tschüss.